Der Landessportbund Berlin lädt zum Familiensportfest im Olympiapark. Mit dabei ist auch der Berliner Jujutsu-Verband, der wieder einmal eindrucksvoll zeigt, was die Sportart Jujutsu ausmacht. Denn Jujutsu ist mehr als nur eine gewöhnliche Sportart. Entwickelt von Samurai verbindet Jujutsu die verschiedensten Kampfsportarten. Nicht umsonst wird Jujutsu auch als Königsdisziplin der Kampfsportarten bezeichnet. Die Kunst durch Flexibilität, Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit zu siegen, soll den Ausübenden in die Lage versetzen, auf die unterschiedlichsten Situationen angemessen und richtig zu reagieren. In diversen Showkämpfen zeigt der Berliner Jujutsu-Verband die gesamte Vielfalt des Kampfsports. Wer jetzt also Lust hat, sich und andere auf die Matte zu legen, der sollte auf jeden Fall einen der zahlreichen Berliner Jujutsu-Vereine besuchen und sich von der Vielseitigkeit des Sports beeindrucken lassen. Bis zum nächsten Mal.